Papa und ich haben eine Ausbildung zur Erzeugung von handwerklich hergestellten Speiseeis gemacht und ich habe mich dann gut eineinhalb Jahre mit der Entwicklung von Eisrezepturen beschäftigt und habe somit die ganzen Eissorten kreiert und unter anderem die beste Eisspezialität Österreichs. Das wäre die Heidelbeer Rosler. Untertitelung des ZDF, 2020